Aktuelle wirtschaftliche Zahlen zeigen, dass die deutschen Sanktionen gegen Russland komplett versagen. Die Exporte von deutschen Autos in Russlands Nachbarländer sind um 9000% gestiegen und von dort wandern sie direkt nach Russland. Also wir werden hier von vorne bis hinten verarscht und Putin lacht unsere deutschen Politiker komplett aus. Alle Details in diesem Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Video zum Thema, wie sich unsere deutschen Politiker komplett zum Trotteln machen und uns mit den Russland-Sanktionen selber schaden. Und zwar in einem der wichtigsten Bereiche der deutschen Wirtschaft, der Automobilindustrie. Die Europäische Union und allen voran Deutschland haben ja in den letzten zwei Jahren sukzessive die Sanktionen gegen Russland weiter verschärft und mittlerweile sind wir beim Sanktionspaket Nummer 12 angekommen. Und unter anderem wurde es innerhalb dieser Sanktionspakete verboten, deutsche Autos nach Russland zu exportieren. Weil damit will man die russische Bevölkerung demotivieren und hofft dann auf einen Aufstand in der russischen Bevölkerung gegen Putin. Tja, die Kehrseite ist natürlich, dass den deutschen Autobauern damit ein Absatzmarkt wegbricht. Und immerhin hatte Deutschland ja jährlich rund 35.000 Autos nach Russland exportiert, was bei einem Neuwagenwert von 40.000 Euro rund 1,4 Milliarden Euro entspricht. Das Blöde an der ganzen Sache an diesen Sanktionen ist nur, dass auch dieser Schuss wieder komplett nach hinten losgeht. Und zwar zum Nachteil für Deutschland. Weil anstatt jetzt die deutschen Autos direkt nach Russland zu exportieren, was ja verboten wurde, werden die Autos jetzt einfach in die Nachbarländer von Russland exportiert. Und von dort gehen sie dann weiter nach Russland. Und profitieren nun davon natürlich massiv die Autohändler in den russischen Nachbarländern. Der Business Insider schrieb, gigantische Umgehung der Sanktionen. Deutsche Autobauer steigen Exporte in Russlands Nachbarländer um 9000 Prozent. Deutsche Autobauer geben an, die Sanktionen gegen Russland zu achten. Doch große Exporterfolge in Länder, die an Russland grenzen, lassen daran zweifeln. Die deutschen Autoexporte in Länder wie Armenien oder Kyrgyzstan vervielfachten sich seit Beginn der Sanktionen. Wie jetzt? Die deutschen Autobauer umgehen die europäischen Sanktionen gegen Russland? Alter Schwede! Hat das denn schon mal jemand den Grünen gesagt? Sowas darf doch nicht sein. Also jetzt müssen alle Autobauer sofort bestraft werden. Am besten wir verbieten sie komplett. Es kann doch nicht sein, dass die deutschen Autobauern unseren tollen Politikern in den Rücken fallen. Ich meine, wenn es nach dem grünen Politiker Anton Hofreiter geht, dann ist das einzige deutsche Fahrzeug, was nach Russland fahren darf, der Leopard 2 Panzer. Also jetzt mal ganz schnell ein Machtwort mit Volkswagen, Mercedes und den anderen deutschen Autobauern sprechen. Aber schauen wir uns mal die Details an und hier siehst du die Zahlen schwarz auf weiß. Armenien ist ein gutes Beispiel. Deutsche Exporteure verkauften dorthin von Januar bis Oktober 2023 Autos und Autoteile im Wert von knapp 110 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 1000 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Das zeigten die Daten vom Deutschen Statistikamt, die der Welt vorliegen. Auch Kfz-Geschäfte mit Belarus, Aserbaidschan, Kasachstan, Tatschikistan, Turkmenistan und Usbekistan weisen hohe Umsatzwachstumsraten auf. Und besonders eindrücklich sind die Zahlen aus Kyrgyzstan. Das bitterarme Land in Zentraladien hatte 2021 noch Kfz-Güter im Wert von lediglich 3 Millionen Euro aus Deutschland importiert. Und seitdem ist der Wert der Kfz-Importe aus Deutschland dramatisch angestiegen. Allein in den ersten 10 Monaten dieses Jahres weisen die DE-Zahlen für Kfz-Verkäufe Werte von 292 Millionen Euro aus. Das ist ein Anstieg von mehr als 9.500 Prozent. Unglaublich. Aber auch die Autoverkäufe nach Georgien und nach Kasachstan haben sich mehr als verdoppelt. Und hier in dieser Karte siehst du jetzt Asien mit Russland in der Mitte und rot eingekreist sind unter anderem Armenien, Kyrgyzstan, Georgien und Kasachstan. Und alles natürlich rein zufällig an der Grenze zu Russland. Und ich meine, jetzt brauchst du doch nur noch eins und eins zusammenzählen. Ab 2022 gibt es ein Exportverbot von deutschen Autos nach Russland. Und genau ab diesem Zeitpunkt steigen dann die Exporte in die Nachbarländer von Russland teilweise um 9.000 Prozent. Nachbarländer, welche sich eben nicht an den Sanktionen der EU beteiligen. Na, wenn das kein Zufall ist. Und jetzt fragt man natürlich, wie ist das Ganze denn möglich? Weil gerade unsere Bürokratie und unsere deutschen Beamten, die gucken doch immer ganz, ganz genau hin und prüfen alles bis ins letzte Detail. Naja, das liegt einfach daran, dass die Hersteller ja nur Einfluss auf die Neuwagen haben, aber keinen Einfluss auf Gebrauchtwagen. Die Autohändler kaufen also in Deutschland die Autos, lassen das Ganze für einen Tag zu mit so einer Tageszulassung und danach verkaufen sie das Ganze als Gebrauchtwagen weiter nach Russland. Und damit streichen dann die osteuropäischen Autohändler einen riesengroßen Gewinn ein und lachen sich über die dummen deutschen Autohändler kaputt. Und der Business Insider schreibt weiter, auch der Politik sind die Sanktionsumgebung ein Dorn im Auto. Im Juni beschloss die EU, künftig auch den Verkauf bestimmter sanktionter Güter in Drittländer wie Armenien oder Georgien zu verbieten. Allerdings will die EU zu diesem Mittel erst greifen, wenn die Länder nicht von selbst handeln. Und an dieser Stelle wird es jetzt richtig krass und richtig pervers. Unsere Politiker wollen also nicht nur Russland sanktionieren, sondern auch dessen Nachbarländern, obwohl die gar nichts mit dem Krieg zu tun haben. Wir sind also in einer Zeit angekommen, wo unsere Politiker komplett die Marktwirtschaft außer Kraft setzen wollen. Die Politiker entscheiden in Zukunft, wohin unsere Firmen ihre Produkte verkaufen dürfen und wohin nicht. Und das ist mittlerweile genauso wie in der DDR, wo dann die Partei entscheidet, wer ein neues Auto bekommen darf und wenn nicht. Und das ist doch einfach nur noch geisteskrank. Und selbst, wenn sie am Ende mit dieser Strategie durchkommen und kein deutsches Auto mehr nach Russland kommen, wen juckt denn das Ganze? Mittlerweile sind die chinesischen Autobauer so groß und solide, dass sie sehr gerne viele Autos nach Russland liefen. Alles, was Deutschland und die EU mittlerweile bei Russland sanktioniert haben, dafür hat Russland mittlerweile Ersatz in China, Indien und in den anderen asiatischen Staaten gefunden. Unsere Sanktionen sind einfach komplett gescheitert und Russland hat für alles Ersatz gefunden. Während Russlands Wirtschaft stark wächst, stecken wir jetzt in einer tiefen Rezession und einer richtig tiefen Wirtschaftskrise. Das Einzige oder die Einzigen, die unter den Sanktionen leiten, das sind wir, Deutschland und Europa. Und deswegen, meine Lieben, fordere ich jetzt ein sofortiges Ende der Russland-Sanktionen, weil die bringen wirklich null Komma nichts. Was haltet ihr denn von diesen Sanktionen gegen Russland? Und was haltet ihr davon, dass Russland die Sanktionen einfach umgeht? Wie jetzt hier zum Beispiel bei den deutschen Autos. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter den Videos. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. ....